Die Tourismusregion Schwäbische Alb blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2022 zurück. Das geht aus den Bilanzen hervor, die der Verband jetzt bekannt gab. Die Nachwirkungen der Corona-Pandemie sind demnach nicht so tiefgreifend wie möglicherweise befürchtet. Standort des Gesprächs war die Burg Hohen Neufen, auf der gleichzeitig auch ein Ausblick auf das kommende Jahr gewagt wurde. Etwa 1,8 Millionen Menschen leben in der flächenmäßig größten touristischen Region in Deutschland, dem Tourismusgebiet Schwäbische Alb. Ausblicke wie die von der Burg Hohen Neufen gehören dazu, aber auch der Stadtkreis Ulm und zehn weitere Landkreise. Doch auch hier haben die Touristenmagneten unter der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen gelitten, wie aus dem Vergleich der vergangenen Jahre hervorgeht. Dennoch zeigte man sich mit der Saison 2022 zufrieden. Wir hatten im vergangenen Jahr, das heißt im Jahr 2022 bis heute gegenüber dem Jahr 2021, ein Übernachtungsplus von über 65 Prozent. Und wir nähern uns wieder den Zahlen vor Corona. Wir haben sie noch nicht gänzlich erreicht. Das hat vor allem etwas mit dem Einbruch im Bereich der Geschäftsreisenden zu tun. Dafür hätten aber vor allem die längerfristigen Urlauber die Schwäbische Alb für sich entdeckt. Dies habe der Region geholfen, sich verhältnismäßig schnell von den entstandenen Schäden zu erholen. Dennoch hätten viele touristische Orte sehr mit der Pandemie zu kämpfen gehabt, seien es nun Restaurants oder Aussichtspunkte. Dass die Region als Tourismusgebiet laut mehrerer Umfragen in ganz Deutschland an Bekanntheit gewonnen habe, hätte aber geholfen. Und in den vergangenen Jahren erreichten wir Werte der Bekanntheit bundesweit von rund 50 Prozent der Bevölkerung. Zwischenzeitlich liegen wir bei rund 70 Prozent, bei fast genau 70 Prozent der Deutschen in der Bundesrepublik Deutschland Wissen von der Schwäbischen Alb kennen, die Destination. Doch auch in Ländern wie der Schweiz oder den Niederlanden werde die Schwäbische Alb für Touristen immer interessanter. Man vermutet, dass die überregionale Bekanntheit auch durch die Kooperation mit der Bahn, die seit etwa einem halben Jahr läuft, nochmals angestiegen sei. Für das kommende Jahr sollen unter anderem deshalb weitere Angebote in der Region geschaffen werden. Dazu gehört auch ein Netz aus Radwegen. Wir sind beauftragt worden durch das Verkehrsministerium Baden-Württemberg als Tourismusdestination, drei Landeshauptradwanderwege zu konzipieren, zu entwickeln und auch zu organisieren. Und der längste dieser Hauptwanderradwege wird über 412 Kilometer sein. Unter anderem damit erhoffe man sich, spätestens im kommenden Jahr wieder an die Zeit vor Corona anzuknüpfen. 412 Kilometer